Die Saxophonserien 650 und 501 von CON. Für den Spaß an der Musik von Anfang an. Das Kinder-Altsaxophon CON AS 655. Erste Schritte leicht gemacht. Der Messingkorpus mit einzelnen aufgelöteten Klappensäulchen begünstigt eine schnelle Tonansprache mit offenem und obertonreichem Klang. Der doppelt geschwungene S-Bogen verringert die Gesamthöhe des Instrumentes und ermöglicht Kindern ein entspanntes Greifen der Klappen der rechten Hand. Das Design der gesamten Mechanik des AS 655 Kindersaxophons ist ergonomisch optimal auf die Bedürfnisse der Kinderhände abgestimmt. Die ergonomische HB-Wippe unterstützt beim Spiel in der unteren Lage. Durch den Kipp-Effekt dieses Klappenmechanismus wird die Beweglichkeit des linken kleinen Fingers optimiert und führt zu einem erhöhten Spielkomfort. Zudem wurde der Klappenmechanismus weiter oben positioniert und ist dadurch für Kinderhände leichter erreichbar. Der verstellbare Daumenhaken aus Metall lässt sich in Höhe und Neigung optimal auf die Handhaltung einstellen und ermöglicht so ein entspanntes Spiel. Ein auf der Oberfläche eingebrannter Goldlack verleiht dem Saxophon ein glanzvolles Erscheinungsbild. Hochwertige Klappenpolster mit Metallresonatoren des italienischen Markenherstellers Pisoni unterstützen das ausgewogene Klangbild und sorgen für eine zuverlässige Abdeckung der Tonlöcher, auch bereits bei geringem Klappenandruck. Ein in den USA gefertigtes Kunststoffmundstück mit Blattschraube und Kapsel ist im Lieferumfang enthalten. Die Innengröße der Mundstückkammer und eine mittlere Bahnöffnung für das Saxophonblatt sind so aufeinander abgestimmt, dass das Mundstück die besten Voraussetzungen für Anfänger und Fortgeschrittene bietet. Der mitgelieferte Schultertragegurt verteilt das Gewicht optimal auf beiden Schultern und unterstützt eine entspannte Spielhaltung. Ob zur Probe, zum Unterricht oder zum Auftritt, mit dem praktischen Etui mit Rucksackgurten kommt man überall gut an.